Das Epoche 3 Modell des Triebwagen der GHE der Gernrode Harzgeroder Eisenbahngesellschaft ist als Tillich H0M Modell mit der Artikelnummer 02 950 und 02 940 als deutsche Reichsbahnvariante im Fachhandel erhältlich. Im Jahre 1933 beschaffte die Gernrode Harzgeroder Eisenbahngesellschaft bei der Waggonfabrik Dessau für den Personenverkehr auf der Selketalbahn einen kleinen zweiachsigen Triebwagen für 1000 mm Spurweite und gab ihm die Bezeichnung T1. Nach der Übernahme durch die deutsche Reichsbahn erhielt er die Bezeichnung VT 133 522. Mit der Einführung der EDV gerechten Fahrzeugnummern wurde er 1972 zum 187 001-3. Zu diesem Zeitpunkt war bereits nicht mehr im Personenverkehr eingesetzt sondern zum Hilfsgeräte Fahrzeug umfunktioniert. 1978 erfolgte vorerst die Abstellung. Als Museumsfahrzeug eingestuft blieb er erhalten und wurde Ende der 1980er Jahre wieder betriebsfähig hergerichtet um ihn im Sonderverkehr einzusetzen. Inzwischen zum Bestand der HSB gehörend wurde er 2010 grundlegend überholt und in den heutigen Zustand versetzt. Die Triebwagen verfügen über einen dieselmechanischen Antrieb der auf eine der beiden Achsen wirkt. Zulässig ist eine Höchstgeschwindigkeit von 40 kmh. Die ursprüngliche Ausführung der GHE wies 34 Sitzplätze auf. Heute sind es 28. Die Beheizung erfolgt mittels Kohleofen. Das Modell ist eine maßstäbliche Nachbildung des Vorbilds der GHE mit authentischer Farbgebung und Dekoration der jeweiligen Epoche und besticht durch feinste Detaillierung und Lackierung. Das Modell des T1 ist mit einer Inneneinrichtung ausgestattet. Die Bedruckung ist trennscharf und sauber ausgeführt und entspricht dem derzeitigen Betriebszustand der HSB. Extra angesetzte Teile sind Handläufe an den Türen, Scheibenwischer sowie Auspuff und Belüftungshutze auf dem Dach. Angetrieben wird das Modell von einem laufruhigen Motor auf beiden Achsen. Die Stromabnahme erfolgt von allen Radsätzen. Für die Digitalisierung ist eine Schnittstelle nach NEM 662 vorgesehen. Auf der Hauptleiterplatte unter der Inneneinrichtung ist eine SUSI-Schnittstelle für den Anschluss eines Soundbausteins vorgesehen. Der dazugehörige rechteckige Lautsprecher kann unter der Innenbeleuchtungsleiterplatte mittels federnder Kontakte angeschlossen werden. Das Modell ist entsprechend der Vorbildseinsatzzeit mit einem fahrtrichtungsabhängigen Schlusslicht und zwei- oder dreispitzsignal ausgestattet. Der Triebwagen T1 ist mit einer Innenbeleuchtung ausgerüstet. Das Tillich-Modell des T1 wird in einer weiteren Variante in der Farbgebung der MEG der Mittelbadischen Eisenbahngesellschaft im Fachhandel unter der Artikelnummer 02-941 und 02-951 angeboten.